Wir suchen Mitarbeiter im Bereich Zahlungsverkehr und auch Mitarbeiter im Bereich Bilanzierung, die schon ein bisschen auch Berufserfahrung haben, aber auch Berufseinsteiger. Typisches Klischee im Rechnungswesen ist natürlich, wir sind alles Erbsenzähler und dementsprechend, ja, das bewahrheitet sich auch, denn wir lieben natürlich auch das Detail und suchen auch gerne die zweite Stelle hinterm Komma, ob diese stimmt. Was die ABC auszeichnet oder die ABC Finance ist, dass sie eine Familie aus meiner Sicht ist. Ich habe viel Spaß, ich habe nette Kollegen. Es gibt auch noch ein zweites, das Typische, das ist dieses, man kommt später, man geht früher, also wenn der Bilanzierer Feierabend macht, heißt es häufig, ach, machen Sie heute wieder einen halben Tag. Das aber, nein, ich glaube, wir organisieren uns gut. Die Stimmung im Team ist super, wir haben flache Hierarchien. Dass man hier einen offenen Umgang pflegt, offen kommuniziert. Wenn ihr Lust habt, in einem tollen Team zu arbeiten, dann kommt doch zu uns, zur ABC Finance. Wir freuen uns auf euch.